Ne, ich auch nicht. Ne, wenn es einmal drin ist. Doch, entfernen mit LB. Ich lasse es jetzt mal drin, bevor ich das dann ganz verliere. Und jetzt sehen wir das so. Ah, ich finde das gut. Ne, das ist nur hier zum Aufwerten von Zeugs gedacht. Ja klar, zum, zum. Achso, das ist gar nicht so eine klassische Resident Evil Kiste. Ne, das ist so eine Aufwertekiste. Eine Aufwertekiste. Ne, ich nenne das jetzt mal so. Ah, hier, kann man wieder scannen. Ah ja. Oh, guck mal, es ruckelt gar nicht mehr, wie schnell das ist jetzt. Perfekt, dreh dich mal um. Hier ist bestimmt noch was in dem Raum. Ah. Schieb. Objekt. Pistolenmunition. Hammer voll, scheiße. So, ich schau trotzdem nochmal. Ist ja noch was. Ja. Hä? Ist dann bestimmt in einem anderen Gang. Da durch irgendwo. Hier an der Seite meinst du? Ja, hier. Ah ja. Grünes Kraut, perfekt. Ich will die Schrotflinte mitnehmen. Na, hier gibt's doch keine. Doch, die war oben eingeschlossen. Achso, genau, stimmt ja. Ich weiß jetzt nicht, wie wir das machen. Ob wir jetzt nochmal zurückgehen, die Schrotflinte holen. Na, wir haben ja das, was wir da einsetzen müssen, nicht. Ja, das stimmt. Vielleicht finden wir noch irgendeinen Weg. Geh mal durch genau. Ich hab auch nicht alles untersucht, wo die Monster waren. Deswegen, wir sind ja nicht durch alle Türen durchgegangen. Schon am Anfang. Lauf vorbei. Meinst du? Na, jetzt warst du zu langsam. Warte mal. Achso, er macht das schon. Okay. Wir gehen einfach vorbei und tun so. Ach, Mann. Na, jetzt reicht's. Dann mach ich kaputt. Okay, das war's. Ich glaub, du musst noch, auch wenn der Bildschirm so einsackt, aber sie verändert ihre Gangart. Je nachdem, wie sie getroffen wurde. Das heißt, jetzt, sie ist ja noch normal gerannt. Du hättest jetzt nicht unbedingt ein Kraut nehmen müssen. Nur mal so. Nimm mal den Scanner. Hm, ach ja, stimmt. Ich muss mich ja immer dran erinnern. Oh, Alter. Ach, das Vieh-Ema. So. Ich bin Milben auf dem Bett. Genau. Hier ist du gelegen. Das merkt man. Hier ist so ein komisches... Das Infrarotsichtgerät. Aber ich bin echt erstaunt. Das ist wesentlich besser jetzt zum Spielen. Handgranate. Hast du gehört? Ja, wesentlich besser zum Spielen. Hm. Sonst nichts mehr. Wieso? Na, weil das nicht mal ruckelt. Ach so, du meinst die. Ach so, ja. Scanner? Hm. Nö, ist nicht da. Wir müssen... Gut, das war jetzt einfach nur... Das Badezimmer. Weil es so schön war. Dann können wir jetzt zurück... Und können auf dem Rückweg auch die ganze Munition aufheben. Apropos, ne? Ja, stimmt. Wir müssen uns echt immer ein bisschen umgucken. Nee, es ist geiler, weil das Vorsteher hat es immer so ganz langsam sich bewegt, hin und her, und jetzt ist es viel schneller. Hm? Jetzt können wir hier die ganzen Viecher theoretisch abballern. Also, reichlich Munition finden wir ja hier, so ist ja nicht. Theoretisch könntest du sie alle abballern, aber ich würde trotzdem immer noch davon abraten, irgendwie. Ah, den musst du, glaube ich. Es sei denn, du kannst ausweichen. Möchtest du das machen? Ich dachte jetzt echt, die ist zurückgeprallt und der ist noch... Ah, okay. Kannst du scannen. Hm? Wenn du den da plattgemacht hast. Immer schön auf dem Kopf, genau. Oh, hallo. Dann ziel auf den Körper, wenn er zu sehr rumwackelt. Noch ein... Ah, nee, das war's. Noch einer? Und scannen. Ja, hier ist, glaube ich, noch einer. Das ist nämlich ganz gut, dann bitte. So eine kleine Belohnung, die man kriegt, wenn man alle tötet, wa? Weil hier sind wahrscheinlich die Dinger irgendwo. Und dann gehe ich nochmal zurück und lade dann nochmal nach. Den musst du nicht töten. Doch, lass mal machen. Da kann ich den scannen. Ach so. Schieße mit dem Popos. Siehst du, das meine ich. Die Steuerung ist mir teilweise troglig hier mit dem. Was, zwei Schuss? Hm, wenn man auch gerne auf den Kopf schießt. So ein Ding. So, jetzt schaue ich nochmal um, gehe nochmal zurück und hole die Munition. Sehr gut. Und dann habe ich eigentlich nichts weiter verbraucht. Rechts hier? Ja. Sogar jetzt immer noch was da. Ja, geil, he? Das war reichlich. Ja, wenn wir uns da dran gewöhnen. Nochmal zurück. Was nochmal zurück? Du hast nachgeladen. Nochmal zurück. Du kannst nochmal zwei Schuss nehmen. Ah. Aber wir müssen echt aufpassen mit dem Scannen und so. Ah, jetzt haben wir alles. Weil, das gibt bestimmt so viel Zeug zu entdecken, kann ich mir vorstellen. Warte mal. Wenn ich das hier anmache, ist nix. Gut. Es hat immer irgendwie so ein bisschen was versteckt. Hier ist wieder irgendwas, siehst du? Gab es das eigentlich in Teil vier? Teil fünf musste man ja die Embleme abballern. Diese BSAA-Embleme. Genau. Und haben wir auch Schatztruhen. Ah, es gab Schätze bei Teil vier. Ja. Aber in denen davor gab es eigentlich nichts, was man irgendwie so mit... Überlege ich gerade, es gab in denen... Nö. Hier wäre man genau auf dem Kopf. Ziel ist geil. Dann ist der mit zwei Schüssen weg. Cool. Weil wir haben wirklich... Das ist noch irgendwo ein Gegenstand. Echt? Ja, sonst hätte das Teil ja nicht reagiert. Ah ja, oder? Da hinten hat es gerade... Ich glaube, hinter dir. Ich glaube, hinter dir. Hier ist nichts. Na, wir haben ja Zeit. Wir können uns ja schön Zeit für das Let's Play nehmen. Genau, wir haben ja ewig Zeit. Und hier kann man wenigstens ordentlich quatschen, stellenweise. Ja, da können wir richtig schön labern. Na, ist das nur das gewesen? Nee. Das zählt, glaube ich, nicht bei sowas. Nee, ne? Ich glaube nicht. Ist ein bisschen komisch. Ah, da. Ist aber schon im nächsten Raum, oder? Ja. Du scannst hier schon durch die Räume, ey. Du bist ja... Raumübergreifendes Scannen. Raumübergreifendes Scannen, genau. Spezialzubehör. Gleich zurück. Zur Kiste. Ach, Quatsch. Doch. Das will ich jetzt machen. So viel sind wir, aber wir haben ja Zeit. Und wir haben ja 10% mehr Schaden gekriegt. Das macht bestimmt auch normal. Ah ja, stimmt. Wir haben ja die Waffe gerade aufgetuned. Und vor allem, ich bin immer noch vollgepowert. Ich habe immer noch Bock, übelst. Nee, echt. Weißt du, wie viele Folgen... Ich auch, ich habe auch Bock. Wie viele Folgen aufgehauen. Das kann heute noch ein bisschen länger dauern. Was? Das ist Wochenende jetzt. Feuerrate plus 1. Uuuuuh. Nicht ersetzen. Musst eins runter, genau. Genau. 15%! Also schneller schießen ist das hinterher weg halt. Aber immerhin. Das testest du erst, wenn ein Monster kommt. Ja. Nee, ich brauche trotzdem einen neuen Controller. Das ist zu ungenau. Irgendwie. Also du merkst ja, es ist ziemlich rucklig, wenn du am Gegner hin und her zielst. Mhm. Da bin ich vom Xbox-Controller ein bisschen... Wir haben ja noch so einen ganz billigen. Der aber an sich gar nicht so kacke aussieht. Das ist aber... Das ist immer... Der sieht aus wie ein Playstation-Controller. Ja. Ich habe auch so ein Gamepad, aber... Was ist hier hinten eigentlich das zu... Kartenleser, okay. Haben wir nichts? Haben wir nichts. Nee, aber was ich finde, ist, dass die solche Taugen auch für Let's Plays und so. Also für Spielen allgemein. Ja, aber nicht, wenn du präzise zielen musst, finde ich. Also ich habe... Bei mir habe ich noch nie Probleme gehabt damit. Komm mal, wer kriegt denn da? Den kannst du scannen, wenn der... Wie geil! Den hast du gescannt, da war der noch nicht mal tot. Der Typ macht auch gar nichts, oder? Der ist ein bisschen stärker. Der ist ein bisschen stärker. Nachladen. Kannst du jetzt noch mal scannen, ne? Den hast du... Doch, ich kann noch mal scannen, wenn er tot ist, glaube ich. Nee. Ah, guck mal, es ist wieder bei 0% und immer wenn man 100 erreicht hat... Ja, ich habe auch gerade was gekriegt. Kriegt man genau diese Pille oder was das da sein soll? Ich gebe es ja bestimmt irgendwo... Ja, irgendwas war, oder? Aber hier hinten im Raum war das. Siehst du? Ja, geh mal wieder zurück. Kann man irgendwas übersehen? Hier ist irgendwie... Scheiß Musik, ich wollte gerade sagen. Hä? Dreh dich mal um. Nee. Hoch? Ah, nee, oben sind Dinge keine Gegenstände. Hä? Weiß gerade auch nicht. Soll ich geh nochmal zurück hier rein? Ja. Na, hier irgendwo. Das ist ein bisschen komisch. Hm. Wir sind doch auf der Suche, Leute. Dann geh mal jetzt links hier rein. In den Gang. Und zieh mal jetzt. Und hinter dir? Hä? Übrigens, weil doch in diesem Botanik-Buch auch drin stand, die Arclay Mountains, ne? Hm. Wo? Das ist im ersten Teil, ist das die Landschaft, in der auch dann Leute zerfleischt wurden und sowas aufgefunden. Wanderer wurden von Bestien angegriffen und so. Das ist im ersten Teil, findet man da so ein Aufzeichen. Okay, na, dann lassen wir das jetzt. Ja, ist jetzt ein bisschen komisch, aber vielleicht ist das auch in einem noch anderen Raum. Ja. So. Irgendwie oben drüber oder so, keine Ahnung. Weil wir sind eigentlich recht gründlich. Kann man gar nicht vorstellen, dass wir irgendwas übersehen. Obwohl doch. Ist die Pistolen? Ja. Ja, hab ich schon. Gut. Was ist denn eigentlich hier links? Da kann man nicht rein, braucht man einen Schlüssel, glaube ich. Steuerrad. Steuerrad. Abgebildet. Anker, Steuerrad. Okay, wir haben verschiedene Schlüsseltypen. Jetzt schauen wir hier oben nochmal lang. Das ist Anker. So, und jetzt schauen wir hier nochmal rum. Es gibt jetzt nur Hunde und diese Viecher hier, ne? So, hier Anker und Dings. Es gibt gar keine richtigen Zombies mehr, wa? Was war denn da hinten? Ziel. Ziele sind schade. Da ist das Ziel. Ne, was ist das? Doch, Ziel. Ja. Das ist der Mond. Speichert. Schieß. Ich dachte, er ist schon tot. Jetzt ist er tot. Aber kann ich wieder scannen? Huhu. Huhu. Wir sind so scanngeil. Ne, man kriegt halt immer Boni dafür. Ja, deswegen. Huhu. Also normalerweise in den anderen Teilen war es ja so, wenn du aufs Bein oder so zielst, dann sinken die eigentlich ein. Aber das ist hier nicht so, weil ich habe vorhin auf dem Schiff, habe ich auf den geballert. Scann mal das Blut und vielleicht ist da noch irgendein Geweberest oder sowas. Ach ja. Hat der vorhin gehockt? Der ist eh irgendwas, siehst du? Ah. Pistolenmunition. Na, immerhin. Ne, ne. Ne, hier ist nichts weiter. Hm. Was anderes finde ich trotzdem noch schade. Nö. Scanner ist jetzt sein neues Lieblingsspielzeug, ne? Naja, wenn man schon merkt, dass da gewisse Sachen drin sind. Ah. Das macht viel jetzt irgendwie. Ja. Was ist denn im Schrank war doch was? Das sieht man bloß erst mit dem Scanner. Das war's. Sehr gut. Sehr gut. Und Scanner. Es drückt immer nach oben, merkst du das? Ja. Dann stell die Steuerung besser wieder oben. Ah. Schade. Alter. Was kann denn der Typ überhaupt? Ganz ehrlich. Gibt man sich nicht eigentlich gegenseitig Feuerschutz? Ach, die sind glaube ich stärkere. Meinst? Ich glaube der Typ ist einfach bloß eine Nusche. Ne, die Viecher da. Da gibt's verschiedene Typen. Ach, meinst du diese, die so weiß sind? Die sind stärker? Wir gehen mal hier in den Raum. Das war doch der Raum, in dem wir waren, oder? Oder ist das mit der Schrotflinte? Ne, das ist der mit der Schrotflinte. Die können auch Sachen bestimmt mal scannen oder so. Vielleicht finden wir irgendwas im Schrank oder so. Ah, hier, guck mal. Wieso blinkt denn das so? Ach, die Schrotflinte blinkt so, weil sie mitgenommen werden möchte. Genau. Die Schrotflinte sagt hier. Nimm mich. Nimm mich. Nimm mich wie ein Mann. Oder wie ein Schild. Was? Alter. Guckst du doch immer schön auf die Uhr? Ich guck immer auf die Uhr. Ja, ja. Scann du mal lieber. Irgendwas stimmt nicht mit den Wellen. Also wir sind immer noch auf dem Boot. Ach, stimmt ja. Wir sind immer noch auf dem... Ja, stimmt. Das Herrenhausboot. Das Loveboot. Hast du den Raum jetzt gescannt? Hast du nicht gemacht? Ja, da gab's nix. Hä? Äh. Kartenlaser. Äh. Ich hatte den Raum gescannt, da war nix drin. Wie hast du das jetzt rausgekriegt hier? Ne, da war nur X zum Drücken stand da gerade. Da hast du ganz arglos mal drauf gedrückt. Hätte ja auch eine Bombe sein können. Oh, der ist fett. Ne, das überleg ich mir nochmal anders. Ich mach erstmal den Klee. Lauf einfach, lass den Typen allein. Vielleicht kann er auch sterben. Ich wollte gerade sagen, kann der eigentlich sterben? Halt bloß schön Abstand zu dem. Und lad die Waffe mal nach. Hä? Ich will mich doch schnell rumdrehen. Spielst du nicht den Helden rollen? Gott, der hat aber ein paar lange Klauen. Ah, das Vieh will nur zu dir. Ich glaub, das große Vieh ist jetzt tot. Das hat so komisch so, äh, gemacht. Ne. Okay, doch nicht. Das willst du echt wissen, du. Das willst du echt wissen, wie krass. Jetzt war's das. Meine Güte, das war's. Wenn man das jetzt... Man darf jetzt nichts kriegen, ey. Dann gibt's 80 Prozent will ich jetzt haben. 17, was? Ach, ich zieh immer nach oben. Voll die Kinderkrankheit. Für das große Kriegen war 17, für das kleine 12. Ist auch scheiße. Hier gibt's nix weiter zum Scannen. Na. Wo können wir denn hier hin? Ja, hier waren wir noch nicht. Wie? Ich brauch immer noch so ein komisches Emblem. Lad mal nach. Hast du die Waffe nach? Ja, okay. Nur noch 10 Schuss hast du. Das Beste, ne? Ja. Na, wer hat denn da ein Ei gelegt in der Toilette? Mim, 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 mim.